Hi und herzlich willkommen zurück hier zu MRTV for the win. Die Pimax 8KX Verlosung ist zu Ende und in diesem Video werden wir schauen, wer das Gerät gewonnen hat. Und bevor wir das tun, erstmal nochmal vielen Dank an Pimax, dass sie hier eine Pimax 8KX zur Verfügung gestellt haben. Jetzt aber direkt zur Verlosung. Und hier ist das gleam.io Backend und wie ihr seht, mehr als 15.000 Tickets haben wir hier. Die kommen von 1.200 Leuten, also es war nicht unmöglich zu gewinnen. Und jetzt finden wir mal den Gewinner. Und dazu drücken wir oder ich hier auf diesen Button und der Gewinner ist Thomas Freeman aus den Vereinigten Staaten. Herzlichen Glückwunsch an Thomas Freeman aus den Staaten. Er hat alles richtig gemacht, er hat alles ausgefüllt und hat deswegen 10 Bonus-Tickets bekommen. Und eines dieser Bonus-Tickets hat gewonnen. Also fürs nächste Mal, wenn ihr wieder mitmacht bei MRTV for the win, einfach wirklich alles ausfüllen, alles mitmachen. Dann bekommt ihr auch Bonus-Tickets und dann habt ihr einfach eine größere Chance zu gewinnen. Ganz genau wie Thomas. Yo, das war's für diese Episode. Ja, Daumen nach oben, wenn euch diese Verlosungen immer noch Spaß machen. Und ja, lasst doch einen Kommentar da. Und wenn ihr diesen Kanal hier tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020